Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde K-Mechanics Simulator 2018 hier aus T-Games Studio. Mein Name ist Master Schroeder und wir befinden uns im Menü, weil es gibt hier wieder mal ein paar Patch Notes. Die kann man sich dann jetzt ganz kurz mit der Stop-Taste mal reinhauen und dann durchlesen. So, gut. Interessant finde ich, dass die Berechnung des Autowertes überarbeitet wurde. Ich hoffe, dass jetzt so unser vom gestrigen Crash erstmal das Auto in der Garage steht. Und zweitens, dass es noch so viel wert ist. Nicht stoppt ab jetzt, ne? Wir haben noch ohne Schilden eingesteckt und dann kriegen wir es nachher nicht. So, gucken wir mal. Hier steht da nämlich die rote Rache, die wollen wir nämlich gerne verkaufen. Und zwar hat der ein, nein, der Wert ist immer noch der gleiche, 125.000. Ich habe gestern Abend nochmal, oder gestern bei der Aufnahme nochmal geguckt. Das war genau der Preis. Gut, dann verkaufen wir das Fahrzeug. Mal, das Geld können wir gut gebrauchen. Ich bin dann eingeklickt. Na, ich bin ein Held. So, gut. Und somit sind wir bei kurz vor 300.000 an der Kohle. Und jetzt machen wir ganz schnell mal einen Kundenauftrag, weil wir wollen Level 44 erreichen. Oh, hier haben wir natürlich... Ja, wir könnten auch so einnehmen. Man hat neue Fahrzeuge bzw. Fahrzeugmodifikationen dazu genommen. Aber wir nehmen ja Kohlerlackierung. Das kann ja wieder doll aussehen. Hallo, ich möchte gerne den Wagen meiner Tochter einmal vorbeibringen. Das Auto befindet sich meiner Meinung nach in einem grauenvollen Zustand. Der Motor macht auch Ärger. Bitte prüfen Sie den Wagen einmal komplett und reparieren Sie, was nötig ist. So. Entschuldigung. In dem jetzigen Zustand möchte ich es ungeher meiner Tochter... Was möchte ich ungeher meiner Tochter damit fahren lassen? Da überlege ich mir ein paar Tage meinen Wagen. Alles klar. Dann gib Töchterchen mal deinen Wagen und dann kommst du mit deinem Wagen dann... Oha, ja. Das sieht... Also die Farbe alleine, da kriegt man ja schon... Da krieg ich wieder Augenkrebs, ne? Das sieht ja aus wie schlimmer Augenwurst. Also, okay. Der ist, Mann... Der ist nicht... Der sieht echt nicht gut aus. Der sieht schon mal auch nicht rostig aus. Ach du, dann werden wir die Karosserie auch mal durchreparieren. Und dann werden wir vorher aber hier erstmal gucken, was gibt es denn schönes... Im Motor, weil der soll sich ja auch nicht so schön anhören. Testen wir einfach mal. Okay. Alle Kolben sind Schrott. Ja, dann brauchen wir eigentlich auch nicht weiter testen, ne? Weil dann bauen wir eh alles auf. Na, na. Bist du den Kolben wollen. Gut, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, ne? Na gut, ABS-Modussteuergerät. Das sieht alles auch noch ganz gut haltbar aus. Teillich gefunden. Kohlewelle, äh, ja. Was ist denn so? Ach so, warte mal, was ist denn bei der Karosserie zu machen? Reparieren tausend Teile zur Karosserie aus. Schlafstange, Scheinwerfer. Also quasi alles. Okay. Öl lackiere in gewählter Farbe. In Originallack. Na, wenn der Mann die wieder weiß wird am Ende. Gut, dann müssen wir jetzt auf zu den Kolben. Ach, wir haben ja gerade erst so in den Motor genau auseinandergenommen. So, ich hätte, jetzt habe ich, ach ja, jetzt habe ich die Errungenschaft Ranchmaster bei uns zu bekommen. Das ist übrigens auch ohne im Willkommensscreen gerade zu lesen, dass sie genau dieses Archivment verbessert haben. Keine Ahnung. Was man da jetzt, was das jetzt war, was man dafür machen musste. Aber wir haben bekommen, was da stand und das ist natürlich auch sehr risikoreich. Man nimmt die Kurbelwellenhalterung schon raus, während der Zahnwimmer drauf ist. Jeder normale Mensch würde das nicht tun. Entschuldigt mich dafür, wenn das der Meister sehen würde, wenn ihr das macht, dann nimmt er die Kurbel, die Knockenwelle und verprügelt euch damit. Zumindest wenn das so wie mein Meister gewesen wäre. Der war ein bisschen rabiater unterwegs, muss man ja ehrlich zugeben. Ist denn auch durchaus mal objektiv durch die Gegend geflogen. So, die Bakterie kommt da voll ran und an, die Lichtmaschine. Sehr gut. Dann brauchen wir das Teil hier. Den Motorblock können wir ja drüber lassen, aber alles andere müssen wir einmal abbauen. Können wir es zur Kurbelwelle wollen. So. Bahnrieben, ach so, erst den Riebenspanner weg. Entschuldigung. Wollte da jetzt nicht vorgreifen. So. Dann können wir das Teil rausnehmen. Dann fangen wir hier an bei einem... Oh, der sieht auch nicht mehr gut aus. Der ist... Oh ja, der ist Schrott. So, Ansorgbrücke. Mal zärtlich rausnehmen. So. Hätten wir... Ah ja. Und jetzt brauchen wir hier noch den Abgaskrimmer. Aber der hat kein Toro, ne? Den haben wir letztes Mal, oder den wir zuletzt aufgebaut haben. Hier den Crown. Der hatte wenigstens noch ein Toro. Das macht noch ein bisschen mehr Spaß. So, dann nehmen wir mal hier den Zündkabel. Den nicht mehr so gut. Die Zündspulen sehen auch sehr unschön aus. Ja, 2%. Äh, wir finden die ganzen Teile hier schon am Motor. Zündkerzen brauchen wir auch neue. Okay. Kriegen wir hin. Ich weiß gar nicht, wenn wir Inventalia verkauft haben. Das wäre natürlich schade, wenn wir das nicht gemacht hätten. Aber ich glaube, das haben wir nicht geschafft, ne? So. Gut. Dann. Den Anwasserloch rausnehmen, damit wir an die Kurbelwälle kommen. Wir müssen das Getriebe wegnehmen. Dann brauchen wir das weg. Das weg. Alles klar. Okay. Ähm. Ach, die Farbe, ne? Die macht mich echt krank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss wieder einer ausfahren morgens auf der Arbeit. Oh. Wenn ich ihm denn davon erzähle, was ich toll habe, ich hier wieder aufgenommen. Ach so, das brauche ich gar nicht auseinandernehmen, ne? Ne, das hätte ich auch dranlassen können. Okay, warte mal. Brauchen wir wieder dran. Entschuldigung, äh, wollte ich nicht. Wie das Töchterchen nun das Beste. Nein, nicht zusammenbauen, auseinandernehmen. Und zwar hier. Die Antriebswelle müssen wir rausnehmen. Und dann habst du mal ganz kurz hier den Ölfilter, den können wir auch rausnehmen. Ja, der sieht nicht mehr gut aus. Aber der ist ja beim Ölwechsel mit dabei. Wir hören nicht eigentlich. War ja auch so was, ne? Wo ich dann, das ist ein Auto, wo ich da so lange gesucht habe und so finde, was ist denn jetzt hier wirklich der Fehler? Und dann machst du halt auch, guck mal, der hat Allradantrieb, der Gute hier. Der hat Tatsache Allradantrieb. Guck mal, der Tank, der sieht auch nicht mehr schön aus. So, lecker ist auch ein bisschen raus. Warum verbrauchen wir so viel Spritreffel, wenn wir in der Garage stehen? Ja, Loch im Tank. Das ist ja so, wenn jetzt hier so einen richtig guten alten Amerikonern an der Tankstelle gegebenen, da sagt der Tankwart auch, so, können Sie mal bitte das Auto ausmachen? Ich komme mit dem Nachfüll nicht mehr nach. Ja, okay, der war nicht gut. Ich gebe es zu, er war nicht gut. Ist von Phipps Asmussen. Tut mir leid. Aus meiner Jugend, da habe ich eine Kassette von Phipps Asmussen gehabt. Und wer den nicht kennt, kann immer ganz kurz nochmal googeln. Der sieht ein bisschen lustig aus, der Typ. Er wird auch die Norddeutsche Witze-Kanone genannt. Und ja, der macht halt eben viele, viele, viele komische Witze. Im wahrsten Sinne des Wortes. Manchmal sind sie sogar lustig. Manchmal schämt man sich dafür. Und das ist so ein Flachwitzparade Nummer 1. Aber wer da Interesse dran hat, kann da mal gerne nachgoogeln. Hey, das haben wir gerade schon gemacht. Komm, weg mit dir. So. Dann, wollen wir jetzt die Ölwanderung hier rausnehmen. Dann werden wir gleich sehen, dass wahrscheinlich auch die Fläuelager alle ein bisschen schrottig sind. Ja, 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 ja. Also wie man das hinkriegt, dass im Motor alles morx ist und außen alles gut. Das ist natürlich auch eine Kunst, die soll man mir mal erklären. Aber macht er bestimmt, unser Kunde. Also da sagt er bestimmt dazu. Aber die dürften wir eigentlich fast alle Teile haben, die defekt sind. Bei diesem Wunderwerk, der keine Ahnung, wo das herkommt, aber es sieht ein bisschen komisch aus, das Auto. Was das jetzt für ein Verschnitt sein soll, weiß ich noch nicht. So, dann runter mit der ganzen Büchse. Dann ziehen wir da mal ein paar Kolben raus. Hoppala. Kolben raus, hier. Den. Den. Und Nummer vier auch noch. Zack, da ist er raus. Dann fahren wir das ganze Ding wieder hoch. Dann holen wir schon mal das Schweißgerät her, ne? Während das da hochfährt. Aber der Opel sieht schick aus, ne? Wir könnten doch dem Opel, wir könnten einfach sagen, hier komm, ich behalte dich nicht mehr. Der Opel, da hast du viel mehr davon, ne? Da hast du viel mehr Spaß mit. So, dann schweißen wir hier einmal ganz kurz die. Ne, doch. Wir müssen ja auch ja klicken. So, dann sieht das schon mal wieder ein paar Teile ein bisschen schöner aus. Und wegfallen. So. Gut. Dann raus mit dir. Und jetzt wird im Auftrag geguckt. Was haben wir alles gefunden? Wir haben alles gefunden. Sehr gut. Dann gehen wir ganz kurz mal an den Reparaturtusch. Reparieren, was wir reparieren können. Vielleicht ist hier was dabei. Oh. Ein paar Teile haben wir. Es gibt als kostenlose Reingabe, dass wir das noch etwas verbessern. So. Gut. Meine Damen, meine Herren, wir fangen an mit der Kobelwelle für den R4. Die müssen wir neu kaufen. Gut. Huch, was ist das denn hier? Die sind aber neu. Da gibt es noch keine deutsche Übersetzung für. Alles klar. Pneumatik-Zylinder. Oh. Okay. Gibt es da Zitrönen bald? Bentley soll ja rauskommen. Aber Pneumatik-Zylinder, das war doch... Das war doch... Eigentlich war das doch Zitrönen mit den Pneumatik-Zylindern. Das sah ja auch so geil. Na ja, geil sah es auch nicht. So ein bisschen eigenartig aus, das Auto und... Na, ich weiß das gar nicht mehr. Oh Gott. So sollen wir eh hin, kein Mäh. So. Wir brauchen vier Deckel und vier Kolben. Und dazu brauchen wir noch Kolbenringe. Hier mal neu. Dann brauchen wir alles, was zur Zündung gehört. Und... Doppelfunken. Das ist der SOAC. Und dann brauchen wir noch die Zündkerzen. Hier mal. Ist der gleiche Motor drin wie in dem Opel, ne? Achso, den Ölfilter kann man noch drauf. Mann, aber ich geh mal da mal hin. Ölfilter in blau. Dankeschön. Haben wir das für mich auch schon geschafft. So, dann bauen wir hier von erst mal wieder was an. Den Auftrag trinken wir noch. Den gehen wir gut durch, ja. Na ja, gut, Ölfilter haben wir schon. Na, mal gucken, mal gucken. Vielleicht müssen wir es auch splitten. So. Dann werden wir hier das Getriebe anbauen. Da ist ja jetzt nichts weiter dran gewesen. Die Scheibe haben wir noch repariert. Haben wir noch ein bisschen Belege drauf gemacht oder ähnliches. Das war früher übrigens Asbeststaub. Also aus Asbest ganz, ganz früher, diese Scheiben. Wegen der Haltbarkeit. Und das war, na ja, sagen wir mal, vom gesundheitlichen Aspekt her ist das halt nicht das Beste. Guck mal, das Getriebe haben wir auch richtig schön wieder sauber gemacht. Ah, wir sind schon, wir sind schon eine nette Werkstatt. Wir sind schon eine gute. Das kann man durchaus sagen. Also wir sind kundenorientiert. Ich denke mal, hier wird auch jeder gerne wieder herkommen. Aber das mit den Gastro-Defaar könnte mich mal interessieren, wo die herkommen, welches Auto das ist, was sie damit vorbereiten. Weiß ich noch nicht. Mal dieses Bentley-Gelumpe. Das ist ja natürlich schon mal interessant, wenn die kommen. Da werden wir sicherlich, wenn auch die Bentleys erst mal versuchen, irgendwie so einen Schrottplatz zu kriegen, damit wir richtig Geld verdienen damit. Also diesen neumodernen Bentley und so, der kostet ja richtig schweine Kohle. Und wenn wir da denn sagen, hey, wir reparieren den direkt von dem Schrottplatz, kaufen die da wahrscheinlich für 50.000 oder so. Aber können den dann für, keine Ahnung, 250.000 verkaufen. Ein bisschen Geld für Teile reinstecken. Warum nicht, ne? So. Sind wir bald Millionär. Ich glaube, es gibt schon so viele Spieler, die sind in diesem Spiel Millionär. Ach so, da kommen wir jetzt nicht dran. Von unten haben wir jetzt erstmal nichts. Jetzt müssen wir von oben erstmal Kolben reinstecken und alles anbauen. Äh, da ist der Knopf. Der Knopf der Wahl, den wir brauchen. Na gut, die ganze Korreise. Ne, das schaffen wir heute leider nicht. Das schaffen wir heute leider nicht. So, ein Kolben, Kolbenringe in nagelneu. Anders ist das hier ja nicht anzuhaben. Mann, 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 ey. Dann haben wir auch schön kaputt geritten, das Auto, ey. Das tut ja den geneigten Spieler in der Seele weben. So. Oder Mechaniker. Sag mal, Mechaniker, ne? So, ein so kaputtes Auto. So, Nockenwelle drauf wieder. Ne, man auch repariert, die kriegt's sehr gut. Deckel kann man nicht reparieren? Okay. Weißt du, also das ist auch wieder so eine Inkonsequenz, ne? Die Hobelwellendeckel, die kriegst du repariert. Nockenwellendeckel? Nicht. Warum nicht? Die kann ich doch genauso mit der Drahtbusche bearbeiten, dass sie wieder gut aussehen. Und mal ganz kurz gucken, ob da nicht irgendwie Riefe drinne ist. Oder das vielleicht mit einem ganz feinen Schleifpapier, da muss er drinne läuft, die Hülse quasi, also da, wo, wofür es ja nicht da ist, dass ich das festhält. Ähm, dass das wieder richtig schicke ist und im Plan ist und alles zusammenpasst und das gut der Held und ähnliches. Na ja, gut. Äh, wollen wir uns nicht weiter vertiefen da drinne. Es ist halt so, das Spiel macht das so und man kann ja Verbesserungsvorschläge vielleicht hinschicken. Ich, könnte man, könnte man eigentlich mal probieren, ob man das irgendwie hinkriegt, ne? Oder die man direkt anschreibt und sagt, hey Leute, ich hab da so zwei, drei Ideen. Ich weiß gar nicht, ob das so gehört wird. Also das mit der Sprache, das haben wir ja mitgekriegt, das waren ja doch durchaus Leute, die hier auch mal zugeguckt haben. Und das war, ich fand ich, extrem interessant. Ähm, dass dort die Sprachfiles quasi von den Leuten erstellt wurden und das, ähm, zu kriegen war. War nicht gut. Und dass dann halt eben auch Clayware sich das angenommen hat, oder dass man so der Entwickler... Ist das auch Clayware der Entwickler? Weiß ich gar nicht. Bin ich gar nicht auf dem Lauf hin. Wer da hier was, wo, wie, Wand verwickelt. So, dann, Zündkerzen rein. So. Dann, diese auch noch. Dazu kommt dann, ach so, Zündspule. Ich hab jetzt drauf gewartet, dass ich die Zündkabel draufstecken kann, aber ohne Zündspule. Keine Zündkabel. Das ist irgendwie fast los, ne? So, dann machen wir den Anlasser hier noch rein, damit wir den nicht vergessen am Schluss. Und dann kommt Abdeckung wieder drauf. Und dann gucken wir mal hier auf die andere Seite. Ach so, den Kraftstofftank hätten wir hinten noch machen können. Ja, wo es mir gerade wieder einfällt. So, das Ganze hier, das... Welche Schraube habe ich vergessen? Ach, hier. Das Ganze ist ein MPI. Wir haben hier aber Kraft ein. So, wir brauchen den MPI-Typen. Ne, den nicht. Wir brauchen... Doch, den brauchen wir. Wir brauchen den Tank und wir brauchen die Pumpe, weil die habe ich nämlich beim Reparieren nicht gesehen. So. Und dann hier noch die Drosselklappe davor. In reparierter Form. Sehr gut. Gut, dann hoch mit dem Kran. So. Sehr schön. Und während das Auto hochfährt und ich jetzt so von hier unten die Pläulagerdeckel anschraube, werde ich mich von euch verabschieden und sagen, das war eine Folge Kranmechanics Simulator 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und ihr schaut wieder vorbei. Und ach ja, Abos und so weiter und so fort, falls ihr noch nicht habt, wäre ich euch sehr dankbar, denn YouTube hat ja die Richtlinien geändert. Na ja, gut, da gibt es ja mein Mimimi-Video von vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen. Ähm, ja. Ne? Ihr wisst warum. Alles klar. Bis denn. Tschüss.